jo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal dieses video ist ein bisschen spontan und zwar bin ich eben so trampolinen gesprungen und habe plötzlich ball out geschafft rumzukriegen ball out ist wenn man auf dem rücken springt also man macht einen vornflug auf dem rücken und dann den vorwärtsalter da raus und ja den werde ich jetzt noch ein bisschen üben damit jetzt sagen viel spaß mit dem video so 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 so